Mehr geht noch. 1200 Euro Energiegeld für Rentner-Ehepaare. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Ampelkoalition hat das Energiegeldgesetz für Rentner und Versorgungsberechtigte durch den Bundestag gebracht. Aber das Chaos um die 300 Euro Energiegeld geht jetzt erstmal so richtig los. Wildeste Gerüchte im Internet, Online-Zeitschriften und so weiter, Foren schießen ins Kraut. Unter anderem die Frage, ob ein Rentner-Ehepaar wirklich bis zu 1200 Euro Energiepreispauschale erhalten kann. Ich habe dazu folgende Anfrage bekommen. Ich bin verheiratet, mein Ehepartner und ich sind Altersrentner und haben jeder einen Minijob. Die Rente reicht zusammen fürs Leben nicht aus. Wir haben mit der Gehaltsabrechnung im September 2022 jeweils schon die 300 Euro Energiegeld bekommen, also 600 Euro. Wie sieht das jetzt aus? Können wir als Rentner ab dem 1.12.2022 nochmals jeweils die 300 Euro, zusammen 600 Euro bekommen? Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Nach geltender Rechtslage lässt der Gesetzgeber es zu, dass sie die 300 Euro Energiepreispauschale als Rentner ab dem 1.12.2022 nochmals ausgezahlt bekommen. Pro Rentner in ihrem Haushalt wohlgemerkt, die Energiepreispauschale ist eine Kopfpauschale. Wenn Sie und Ihr Ehepartner also am 1.12.2022 eine gesetzliche Rente beziehen, das ist die Voraussetzung, und Ihren Wohnsitz in Deutschland haben, können Sie nochmals jeder beide zusammen, jeder 300 Euro, zusammen 600 Euro Energiepreispauschale durch die Rentenversicherung ausgezahlt bekommen. Damit können Sie sich auf 600 Euro Energiepreispauschale als Minijobber, Erwerbstätiger und nochmals 600 Euro Energiepreispauschale als Rentner freuen. Macht summa summarum 600 Euro plus 600 Euro gleich 1.200 Euro Energiepreispauschale für Sie als Rentner-Ehepaar aus. Das Ganze ist nach dem gesetzlichen Stand vom 22.10.2022 ganz legal. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestätigt, dass der doppelte Bezug der Energiepreispauschale als Rentner und sogar als Erwerbstätiger in einer Person möglich ist. Dazu müssen aber nach den jeweiligen unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen in unterschiedlichen Gesetzen die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Somit können Sie sich als Rentner-Ehepaar auf bis zu 1.200 Euro Energiepreispauschale freuen. Bitte bedenken Sie aber auch, die Energiepreispauschale ist gegebenenfalls bei Ihnen zu versteuern. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel kommende